Nö. Aber ich bin da, wo wir hin sollen. Wo wir hin sollten, da bist du. Ja, da bin ich jetzt. Ach, da bist du gespawnt oder was? Ja. Okay. Alle Spieler erforderlich. Arschloch. Okay. Dann sterb doch. Ich versuch da irgendwie hinzukommen. Ja, dann verteid ich jetzt mal einen Punkt. Ähm. Ich glaube, dass sie... Alter, kann man das Ding verpissen? Wie ist das? Oh, ich flieg raus oder doch nicht? Ja, schaffe ich nicht. Glück gehabt. Uhuhuhui. Okay, cool. So, probieren wir es nochmal. Müssen wir erstmal warten, bis der Vogel fertig ist. Ja, guck, man schafft's doch von unteren. Guck, jetzt komm ich. Ich komme! Wann an. Ich bin wahrscheinlich falsch gesprungen. Hallo? Hier. Da. Ui. Was für ne Druckwelle. VTF. Ui. Nein, da müssen wir hin. Tiefer, tiefer. Oh, wir fliegen voll daneben. Ja. Ja. Voll daneben. Oh, volle Kanne. Hä? Du sie spawnst über mir schon und ich. Alter. Ja. Hey. Geronimo. Kann doch super gut fliegen. Ne, da müssen wir. Oh. Hast du grad drauf gedrückt oder was? Nein. Das Ding. Nochmal. Ich hab ohne Jump Pad gemacht. Ja, jeden ist ja fast richtig. Wir müssen hier runter. Hier rauf und dann durch. Hey. Geronimo. Da ist der Ausgang, los weiter. Reisen. Da ist der Ausgang, los weiter. Guck mal, die schießt schon wieder. Die alte, die geht mir langsam auf den Sack. Mal gucken, wie lange wir noch haben. Ja. Oh. Oh, schön. Jetzt hat er eine Implosion, die kaufe ich mir. Achttausende. Hey. Ich mache das, was mit weiter, ja. Ja. Ey. Schrott. Ups. Schrott. Auch falsch. Hals gedrückt, eben. Schrott. Wat? Hiefschmack. Inventar. Inventar. Hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Moj, hm. Warte, geil. Die Kacke, die stinky. Die komme weg. noch braucht für schluss aber ich kann die anfang munition ein bisschen das weiß ich nicht ach so ich hab die schriften vor allem diese sauerstoffdinger die ich habe alle die ich nicht nutzen kann ja lohnt sich ja richtig ich fang schon mal an aufzureimen warum fängst du an aufzuräumen? bist du blöd? hast du einen schaden? ach du kacke ach du scheiße du bist scheiße das stimmt kundschaft habe ich gerade gesehen da aber ich lade schon schnell nach scheiß heckenschütze da hinten alter ja hallo? was denn? dreh dich doch um und schießt weiter ja du hast aber weiter geschossen alter das gebe mir einfach die sticky bomb hier gerade ouch scheiß bastard scheiß alter die sind so heftig deine waffe ne dankeschön du arsch ich hab doch auf ihn geschossen du wichser ich bin hier fast tot ich bin verarscht kann nicht bin auch tot ja ja das war du den einfach gekillt hast eben dankeschön bitteschön weiter ich hasse dich ne du liebst mich niemand kann mich hassen du pisser ich kann doch nix dafür du siehst doch dass ich fast tot bin ich schief kann sein auf dem was passiert du killst den einfach ich hab diese kugeln einfach aufgeschossen ich hab die kugeln abgeschossen ist klar pass auf das ist meine waffe du hast den kopf abgeschossen ja hier das sind hier kugeln da du hast den kopf abgeschossen ja da kugeln guck kugeln ich hab da oben alle siehst du nur noch bunte farben ja boah ey ja alles klar nee das sind mir die liebsten siehst du hm aber erstmal wenn du dich noch zum stammsterben bringst wieso soll ich mich noch gedauern alter hast du das beide tot wdf ich dachte weißt du so ne kleine mini explosion bei diesen komischen schwester nein rawoom rawatz hast du dich umgekleidet nö ok du meinst bei dem ding hier das hier hoch fährt gleich mhm was normalerweise hoch fährt na ja und aber wohl nicht mehr zu sein ist er sack gesicht aha ok verstehe verstehe wow fixler oder finden und programmen aktivieren ok warte mal ja hat das programm eben schon aktiviert ne ist doch nicht so dass ich grad gegner hab ja und hier hat ja echt was gebracht schön na klar das sind gegner na komm hier guck guck mal hier was denn hast du das hast du das hast du sterben hey komm schon la 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 ja ja waffenkopf denn 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 ich vorher schon einmal ich will die ganze ich wollte die ganze zeit nochmal haben danke du bist echt dämlich ja ja du kannst es zu mir dämlich sagen ne aber ich hab nur geguckt ob da was neu ist ja du warst wieder nur am loon hier du bist ja du bist eigentlich mein kit haben das lädt voll schnell nach Oh, meine Oma. Tschüss. Okay, erstmal in die Richtung. Erstmal Ding aktivieren. Oh. Badass, Alter. Der ist so stark. Hm. Herrlich, jetzt. Ja, klar. Alter, die sind drei Level über uns. Ja. Exakt, ist das nicht mehr lustig. Hm? Alter, da kommen die Nächsten. Geh weg!